Grüß euch an diesem dritten Strophentag von unseren lokalen Ausdrücken. Und diese Strophe möchte ich gern jener Berufsgruppe widmen, die leider gar nichts gerade zum Lachen hat, wo der Umsatz völlig eingebrochen ist. Aber hören Sie selber! Ein Stutzer, der Oida, der fragt an den Grum, ob er um ein Zwanziger noch impfen könnt haben. Ein Hübschler rennt die Groppe, er im Verbeck geht, die sagt noch ganz freindlich, mir scheint, sie sind blöd. Möhe sie dann aber nicht traut, hört ihr noch separat. Hörst du Oida Sandler? Gicht und Ischer Sandler? Kannst schon jetzt nicht hatschen, bettelst du mir watschen? Hörst du nicht bissteppert? In dem Morgen steppert, schau, dass du weiterkommst auf der Stelle. Tue dann selber Witzen, Schirachuri-Fetzen, schau dich an, komm ins Krematorium. Seid du Trauerlieder blöder Saft, schau, dass du weiterkommst, sonst werd ich gleich näher. Dankeschön. Ja, und etwas Persönliches, sollte ich noch sagen, heute gibt's Brathändl. Alles Liebe, bleibt's noch gesund und bleibt's daheim. Servus. Wuh-huh. 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 Vielen Dank.